Seit der Gründung von BitHoc setzen wir auf den Standort in Sursee. Sursee ist optimal angebunden an öffentlichen Verkehr, aber auch an individualen Verkehr. So können wir unsere Kunden in der ganzen Schweiz schnell und einfach erreichen. Seit Jahren arbeiten wir erfolgreich mit der Hochschule Luzern zusammen. Das nicht nur um unsere Mitarbeiter aus- und weiterzubilden, sondern auch um neue Fachkräfte und neue Talente zu gewinnen. Unsere Mitarbeitenden sind loyal, stellen sich den Veränderungen im Markt, denkenunternehmerisch und handlaufwundenorientiert. Wir sorgen für ein optimales Arbeitsumfeld, eine super Work-Life-Balance und das mitten im Herz von Europa. Das Neuerholungsgebiet rund um den Sembachersee ist in Kürze erreichbar. Das ist ideal, um über Mittag einen Spaziergang in der Natur zu machen oder um sich sportlich zu betätigen. Wir setzen auch zukünftig auf den Kanton Luzern, wo wir uns so richtig zu Hause fühlen. Dämpferung 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 Untertitelung des ZDF, 2020